So und herzlich willkommen bei A Week of Circus Terror. Ja, das ist wieder so ein FNAF-artiges Spiel. Es sah mal von den Bildern recht cool aus und was ich ja lustig finde, wenn du die Optionen reingehst, du kannst Jumpscares ausstellen. Warum sollte man das tun? Verstehe ich nicht. Die bleiben schon drin. So, schauen wir uns das mal an. Nacht 1, Neuspiel. But I noticed, likes went on. My son is not here. I will wait until morning. Perhaps he just went out and I will see him tomorrow. I woke up, but I only just discovered my son isn't here. He only left me some note. But why he didn't tell me about it? Maybe he really wanted to go on his so-called ghost tour without me. I am very surprised, but he chose B-53. I have to look at that to find out what he did. Well, he chose that house we talk about visiting next month. Why would he go so far away from USA? And for degree, he can be serious. What? Never surprised. If he is dead, I will be for two weeks. That's a really long time. What do I say? Should I wait to all go for him? It's dangerous to be there just for by himself. It's hard to listen to me. I'll fly Big Sam, fly to Czechoslovakia. I hope he's okay. The flight took me a lot of time. I have a coordinator for the house, but it's in the middle of some mountains. There's a long way from Prague. I asked some people and well, I would have to land a car. I am lucky I took a lot of money and some device against Panama activity. I was told that I should take this highway. I am still hoping my son didn't even bought the stickers and just a rent expo in USA. However, I think I told him many things, so he is very capable of wearing that fire. I will see. Now I have to take a turn right and turn right straight. I think I already saw some road signs. He didn't do that idea. By my information, I have to drive carefully. Must be on this road. I see a lot of trees. There's a certain doll that I can't see anything. Maybe my son left his car has a place. Oh! He has heard the rain wings again. Oh, great. Yeah. What is this voice acting, hey? The head of the forest, the doll with a bed and a roll. Oh, I have to turn on the flashlight. I have to meet someone. Yeah, go to the house. I can see something in the house. Uh, so I will just go to the left place. Now he will see a notice. After 10 minutes I found something for my son. Maybe this is a coincidence, but I don't think so. What is the challenge that after reaching the house, I will see my son and we will just shake our hands and go home. I have to continue, as your son is already rising. As a result, I thought that this is a long intro. Yeah. I think I am Lord, but I am the only one side. But after 20 minutes I see something in the dark. The house? I think I have reached my destination. Yep, out of the building, that house. For God's sake, I had the stupid idea to build a house in the middle of the forest. Arclay Mountains. I can see the house is in comfort dark. I don't know whether it will shine or not, but I see the sun is so light. The new day is coming. I stepped into the house and I had immediately at the goose mountain. The house looks easy and old. It's sure about the old house. I have searched the house and motor driven. I found something for my son. But where is he? I have to find him. This house is the only clue I have found. Yeah, it's good for you. I have to stay here over the night and then I will see you. Fuck you. Boah, that was so stressful, hey. That would have been another 3-4 minutes. Yeah, it contains loud noises, strong images, jumpscares and scary scenes. Yeah, yeah. Wie immer halt. Okay, F is Taschenlampe. Okay. Ach, mit S kann man einfach... Ach so, es gibt kein Pause-Menü. Okay. Und man kann sich ja in die einzelnen Zimmer bewegen. Also es ist nicht so ganz FNAF. Also ich sag ja so FNAF ähnlich. Okay, creepy Sachen sind hier. Wo lang? Da lang. Moin Teddy Bear. Ah, ich höre Stimmen. Ah, okay. Da ist die Map. Wäre doch gescheiter, wenn ich... Uh, okay. Okay, da komme ich nicht rein. Es wäre doch gescheiter, wenn ich die Map permanent da hätte. Clown. Immer ein scheiß Clown, weißt. Kann ich irgendwas tun? Ne. Okay. Geh mal Treppen auf. Nix von Interesse. Nur ne fette Tür. Und haufenweise Zettel. Ah. Nein, 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 nein. Ah, okay, jetzt so. Das ist ein bisschen verwirrend ab und zu, wo ich lang gehe. Also wir müssen einfach nur einen Sohn finden. Aber 4th Grade, äh, wegen paranormalen Sachen, heißt es, dass die Kacke am Dampfen ist? Ich weiß nicht. Okay, hier gehe ich wieder raus. Ja, das ist echt ein bisschen verwirrend, das Ganze. Aber ich sehe jetzt nichts, was ich anklicken kann. Alles so verwirrend. Pass auf, wer ist die Teddybären. Äh, wo lang jetzt? Da gehe ich wahrscheinlich falsch. Hi. Das ist nicht gut. Tschüss. Wir sind da schon wieder. Das heißt ja schon wieder. Wo war das Telefon da eigentlich? Wo zum Geil war das Telefon? Das war echt ein verwirrendes Haus. Sehr, sehr verwirrend. Ah, scheiß Dreck. Okay. Zurück. Zurück. Oh, okay. Also es ist nicht gruselig in irgendeiner Art und Weise. Sag's aber nicht, ich muss das denn so schnell anhören. Nein. Zu Glück nicht. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Irgendwas war da bestimmt noch. Also wenn ich den Teddybär sehe, dann auf jeden Fall nicht ihn anleuchten. Einfach den Raum verlassen. Mhm. Äh, wie bin ich gegangen? War es hier? Oder gehe ich hier wieder zurück? Genau. Hier ist die Klauenmaske da. Wo hängt? Genau. Hier ist nämlich verschlossen. Heißt das, wenn ich jetzt zurückgehe, dass der automatisch auftaucht? Nö. Also ist das random oder was? Also das Spiel verwirrt mich grad wirklich. Ich weiß nicht, wo zum Geil ich hier hin muss. Ich muss wahrscheinlich auf irgendwelche Sachen klicken, dass ich irgendwie weiterkomme. Ja, deswegen sollst du hiermit ein bisschen aufpassen. Ja, der alte Fernseher funktioniert nicht. Vor allem, dass es Nacht... Ja, oder? Oh, neuer Bereich. Oh. Yeah. Nein. Doch nicht. Wie schnell kommt der von einmal her, weißt? Ja, ja. Das Herz bleibt dir stehen. Ja, ist mir wurscht. Es ist ein strange Spiel. Es ist wie Fnaf die Nächte überleben, ja. Aber es ist echt weird. Ich bin ja weg vom Teddy und auf einmal... Puff! Bin ich tot. Keine Ahnung. Hm. Naja, vielleicht schau ich da nochmal rein. Gut, dann sag ich mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Daumen hoch. Teil zu mir freuen und bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.